Nicht nur die Bahn ist ein Schiff, nein, sondern auch die kultiven Moderatoren sind Maler und sehr wichtig ist der Anfang. Wie es aussieht, haben wir keine Ahnung. It is not dying, it is not dying, lay down for surrender to the boy, it is shining, it is shining, that you may see the meaning of within. It is not dying, it is not dying, it is not dying. Komm, wir hören uns dann schnell so, ich weiss, es sieht mir geil aus. Hey, wow, da gehst du, du weiss. Puh, Pause. Singen ist gefährlicher als malen. Ein paar falsche Töne und man wird von den Kritikern zerrissen. Aber ein paar falsche Farben. Hey, und vielleicht kommt man ja auch den Preis rüber. Ein alter Brauch um den Maler ist, man hängt zusammen, zum Beispiel das dritte, trinkt eine Flasche Schnaps oder zwei. Dann geht einer vor die Türe und man ratet, wer draussen ist. Ein alter Brauch. Ja, ich weiß. In der Luft ist, wenn wir in der Luft rutschen. Die Flasche sind schluss. Nein, ich weiß. Deine Sprecher. Ja. 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 Tja, wir sind eigentlich fertig und unser Tape geht es dann gerade aus. Da gibt es eine kleine Unterbruchpause mit dem Witz von der Woche. Stopp! Ist das eine Sonnenaufgabe oder ein Sonnenuntergang? Das ist ein Sonnenuntergang, ich kenne die Künstler, der steht nie so grün auf. Hey, die einzigen Bilder, die man sich auf die Ausstellungen anschauen konnte, sind deine. Wirklich, vielen Dank. Ja, wirklich, von allen anderen stehen immer zu vielen Leuten. Tada! Tja, das wäre es jetzt. Wir müssen heute schreiben. Genau. Schaut wieder rein, was es heisst Kulti rein. Vierzehn Tage, wo im Kuschelsender? 05. Wow! Okay. Bye-bye, macht's gut. Salute. Ciao, ciao. Bist du für ruhig, tja? Ja. Hast du kratzen? Ja. Ja. Ja, ja. Der Titel meines Bildes wäre Atlantis, yeah! Und der Titel meines Bildes wäre La Pornografie. Bye-bye, ciao!